Da ist eine Versorgungsstation. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Da ist eine Versorgungsstation. Über irgendwelche Waffen, mein Scheiße. Mein feindliches Team jagt dich. Pass auf! Ey, liegt gar nichts. Das tut gar nichts. Den kämpfen sie auch drinnen. Wurde gerade beschossen. Ab in die Sicherheitszone. Oben rumlaufen. Bruder. Ich bin getroffen! Scheiße, Mann. Ich weiß aber nicht von wo. Warte, ich... Warte mal, hier, komm mal her. Bedrohung ist orange. Gas kommt. Das war's. Ah, hier ist der LKW. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Komm hoch. Ich kann dich ansteigen. Hä? Nein, du musst rausbringen. Ach so? Oh, Dig. Oh! Ja, ja. Das Ding ist schon Game Over. Boah. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Shit. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, musst du es auf. Du bist dran, Soldat. Bei diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Du gehörst an die Front zurück. Das hast du dir verdient. Verbündete Ausrüstungslieferung. Oh, der wird. Letzter einsam. Es wird vorbereitet. Dein Fenster schließt sich schnell. Das ist doch jetzt nicht sein fucking Ernst. Was? Was? Jo. Ciao. Ja, Digga, das war's Na, vergiss Scheiße Bro Lass... Wie heißt das, man? Ja, ich schnir jetzt eh erstmal raus Weil Leute von mir jetzt kommen Das so kicke Was Ja Dann Eine Ahnung, wie das war Eine Ahnung, wie das war Hallo Hello, can you hear me Äh, I'm aggressive Ja, ich Äh, werde mich nicht äußern Okay Was? Möp möp Was denn? Ja Ach so 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 Jetzt bin ich für sie da Allein nur für sie Ach so 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 machen wir machen wir durch welche pros wie wir sie machen heute nicht kein bock auf die leute was waren mit denen was war mit diesen graffiti traurige union hertha pipapo was war da los keine ahnung keine ahnung ich würde so lachen als ich das wieder gesehen habe dass wir typisch union ja weiter stark ich hab nur ich hab's nur mit ja ich hab's nur gewesen da stand auch ist gab eine auseinandersetzung im zu 30 leute oder was habe ich gelesen da ich hab nichts mitbekommen keine ahnung wer das war aber als ich das bild gesehen habe da dachte ich schon wieder so das ist so typisch union das ist wieder richtig klassisch einfach nicht richtig einfach nur drüber kritzeln vor stark das ist union das ist wirklich union in einem bild der dritten nicht erwischt gestern abend erste runde 10 kills er wird so war geil ich habe hier entspannte lobby ist ja was er gedacht war wohl nix freu mich auf donnerstag was ist da neue waffen im gudag immer donnerstag immer donnerstag wenn die waffen geändert mal listen update auch hier können wir runter ja ja das war einfach auch kein job genau mein ding braucht schon einen shop der ist die wir sterben eh auch das auch das auch das auch das in der und eine an 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 auch in ein hund und das es auch ?" So kam es rüber. Was? Bewegungs-Nikastheniker oder was? Oder wie? Naja, der hat irgendwie gar keinen Plan von dem Spiel gehabt, gefühlt. Ganz komisch. Hab's gar keinen Plan. Wer kenn ich den denn? Erstmal aus der Freundesliste entfernt. Du bist so gemein. Ne, so Leute kenn ich nicht, mit denen spiel ich eigentlich auch nie. Wann soll ich den denn in meiner Liste haben? Ey, hast doch mal mit dir gespielt. Ja. Hä? Und mich lieben gelehrt. Ja. Ich kenn dich ja mittlerweile auch. Leider. Ja, da geht was. Wir zocken ja auch immer zusammen. Das war was anderes. Warum soll ich dich da entfernen? Ja, ich meinte halt am Anfang, dass ich mich auch nicht entfernt. Das war ich nicht. Nö. Haben wir auch ein paar Mal gespielt. Ich bin nicht ganz so verstrahlt rumgeeiert. Hier ist nichts. Hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Oh doch, Geld. Das ist immer genug. Was? Wir haben genug Geld für Loadout. Welche Waffen spielst du? Wie meinst du, jetzt Loadout mäßig? Ja. FFHR und AUG immer noch. Okay. Wollen wir... Passt du dich an, oder was? Ja. Ja. Vorratsstation identifiziert. Ja, geh mal da hoch. Panzerung gefunden. Ich bin full... Alter, seh ich dich auch schon. Ja, ist aber flott. Nicht weit weg. Nö, nö. Ist aber flott, du. Wo kam der denn? Verlierst du an Boden. Aus dem Kreisel. Ich seh Bargeld. Ich seh Bargeld. Ich seh Bargeld. Ich seh Bargeld. Aufschlauber. Mhm. Ah ne, der ist weit weg. Aber der ist oben schlingeblieben. Das sind jetzt der Ausrüstungslieferung unterwegs. Warst du hier schon? Um hast du ihn geschaut? Ja. Na los, brechen wir auf zur Sicherheit. Hinter mir, hinter mir. Werfe Betäubungsgranate. Hab einen genockt. Bist raus? War einer drinnen. Ah, hier oben. Verstehst du auch nicht. Hab ihn. Ach man. Alter, war wie schlecht. Ah, auch noch. Warte kurz hier. Oh, ich hab kein Geld. Ja, ich hoffe ich gewinne das scheiß Gulag. Ich will meine Waffen wieder haben. Die hatten auch schon eigene Waffen. Der eine hat Geist gespielt. Hat die Augen vom Boden gespielt, Bruder. Oh mein Gott. Na gut. Na gut. Oh Gott. Kommt auch gleich. Nein. 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 Ich hab kein Kaliber Munition hier. Der war jetzt aber verwirrt der Kerl. Der hat sich selbst mit seinen Täuschgranaten verwirrt. Der Idiot. Der Typ der dich geholt hat hier oben. Oh mein Gott. Die sind schon da. Die kommen von oben. Das sind die, woher die kamen. Der war irgendwo hier. Ja. Nehme neue Position ein. Warte. Ich geh schnell ins Häuschen. Von meinem Staff. Oh, das bist du. Bin ich jetzt erschrocken. Ja. Nimmst du doch das jetzt bitte auf. Was ist denn los? Die sind da. Die sind hier am Haus, Sebi. Ja. Nein. Shotgun. Ich heb die Shotgun auf. Warum? Wo ist der? Der, der, einer ist raus. Einer ist so unten am, am Lowdot gewesen. Der ist ins Haus gehüpfen. Und wieder raus. Bruder. Ey, nur weil er die Shotgun auflegt. Aber der ist Chillbreak gewesen. Naja, der ist unter mir. Komm bitte. Gib mir jetzt den Gegner. Hör zu Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, geh du drauf. Du bist dran Soldat. Zeig diesem Mist. Bereit machen zum erneuten Einsatz. Den hab ich grad im Gulag gehabt auch. Der erste. Leugst immer noch von unten rum durch Höhen. Kannst du von oben runter pushen, dann komm ich hier unten rein. Ja, warte. Wann? Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Ach komm, das ist doch mal Witz langsam, oder? Ja, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. seine täuschgranate gezielte idiot richtig was man mit märkten was 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 youtube youtube märkten märkten hallo 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 mit ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Genug aufgewärmt, bereithalten für den Einsatz im Kriegsgebiet So, dann wird nochmal neu Okay So, 1er KD schonmal Auf jeden Fall nicht ins KB Okay Hier hatten wir doch mal ganz dufte gewonnen Wo? War genau so einer Zone Achso, ja, Engländer Ja, stimmt, stimmt Kopfgeldauftrag identifiziert Die Zone liegt uns vielleicht Verstätigen den Kopfgeldauftrag Wir werden es sehen Landenbuben tot, Gulag tot Rolf, beste Zone Oh, nee, hier kommt ein Team mit Ja, ja, ja Der andere Kommt jeden Moment Wer ist doch hier Also irgendwie Weiß ich langsam nicht mehr weiter Ich kriege einen Revolver Hör zu, Soldat Wenn du hier gewinnst Geht's wieder an die Front Aber wenn du verlierst Du bist dran, Soldat Was ist denn nicht mehr? Was ist denn denn für eine Hitbox? Das ist noch nicht vorbei Dann geht's halt nicht freikaufen Hey, bin ich dumm, Alter Ich hab echt gedacht Dass das die Leiche Der Typ, der da liegt Ja Was war das jetzt schlecht? Ja, äh 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 Kein Plünderungsscheiß mehr Nirgends Nichts Mehrwertungsauftrag lokalisiert Allein und breit Kein Ding Markiere Zielposition Eine Prima Ja. 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 Hier gibt's doch einfach nichts mehr, ganz toll. Oh. Was gibt's sonst so Neues? Erzähl doch mal was. Ja, Hertha hat mal wieder gewonnen. Am Wochenende. Gegen Bayer 04 Leverkusen. Seyfreak mit einem Traumtor in der zweiten Minute. Oh, der Raum ist zu. Nein, doch nicht. Über dir schnippen sie. Ja, ja. Nein. Ja, da ist einer. Nein. Junge. Oh, die haben so viel Geld. Zweie Auswahl. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nehm halt jetzt die Panzerquist, der Herrgott noch mal. Please go to the shop. Yes, man. Nein. Und buy me back, please. Please. Of course, my friend. I'm on my way. Super. Super. Das war jetzt, aber das nehme ich, das nehme ich aber noch. Sind die behindert. Die waren so lost, die waren so lost, weil der Zweite, der wusste halt einfach gar nicht, wo es herkommt. Nee, ich hatte halt einfach nur so viel Zeit, das war das Schöne. Ja. Der dachte wahrscheinlich, dass sein Teammate von da genockt worden ist mit denen, wo die Damen Python waren gerade. 100%. Deswegen ist er auf die Seite gelaufen und er läuft hier genau in die Flinte. Zieh dich mal nochmal hoch da an der Seite, hier vorne kannst du dich hochziehen. Unterwegs. Ja, ja, ja. Oh, da fangt ein Auto. Ja, die sind da, 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 Nein. Ja, ja, ja. Wo? Genau da, wo du sie getötet hast. Wo war denn der, fuck? Auf der anderen Seite vom Einkaufswagen, ne? Ja, quasi, wenn du jetzt gerade ausläufst. Oh 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 oh, bitte landet die nicht oben, die landet unten, der Feind nähert sich. das gas breitet sich aus neue sicherheitszone gefunden ja ich hab dein mate geholt du und sohn ja um es zu ende zu bringen aha team oben ist mir genau entgegen gekommen wie ich berannt bin m das hätte ich gern jetzt auf video gehabt das war so ein moment das ist doch immer wieder auf diesen best-of-war-zone video solche dinge ja warte kurz warte kurz warte kurz wenn du wenn wir in der pre lobby sind gehen wir mit mir raus